Du fragst dich gerade, wer der Feuerwehrwilli ist? Dein Ernst? Das bin ich. Und du bist heute Maschinist? Oh, das wird spannend, denn da hat wohl einer richtig aufgepasst bei den Leergängen. Ist dir total egal, welche Maschine du bedienst, ob Kettensäge ein Problem hat oder die TS? Das ist schön. Das ist richtig gut. Wenn du das Auto fährst zur Einsatzstelle, hast du immer das Licht an, Blaulicht und Martinshorn und das Wegerecht gehört dir, mein Freund. Und das ist schon mal richtig gut. Du bügelt zur Einsatzstelle aber sicher und das ist auch dein Joker, weil du bist sehr verantwortlich für alle und das macht mir Gänsehaut. Das machst du richtig gut. Und wenn wir einkommen, ist die Warminganlage immer an, das Licht brennt eh und die Einsatzstelle ist so sicher. Es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Und wenn du noch hilfst, die Sachen zu entladen und die Leute sind alle schnell am Einsatzort. Ganz ehrlich, was will man mehr? Das ist so geil. Du machst es genau richtig. Du bist mein Maschinist. Und das ist richtig gut. Du bist mein Maschinist. Und das ist richtig gut. Du bist mein Maschinist. Und das ist richtig gut.